Willkommen zu einer neuen Folge Skyfactory. Ihr seht, keiner auf dem Server, keiner am DC, denn CO2 und Rezeptum spielen gerade was anderes. Bei Melvin weiß ich nicht, ob er dazu kommt, geantwortet hat er noch nicht, wir warten ab. Aber ich habe Offscreen halt in einem Video, was ihr schon gesehen habt, da hinten ein Luftschiff gebaut, da kommt dann demnächst ein Portal drauf und ich habe Offscreen dann hier noch die restlichen Erze reingeschmissen. Müssen wir aber hier mal ganz kurz anhalten, denn Silver, Nickel, Blut kommt ganz hoch. So, ähm, wir wollen heute, normalerweise wird es schon mit einem ME anfangen. Erstmal hier. Ey, du Arschloch, verschwinde. Der ist wieder da unten. Der ist wieder da unten irgendwo, das ist mir zu laut. Ähm, da kommt er wieder. Hör doch auf mich wegzuschubsen, schubsen, Mann. Was für ein Feigling? Egal. Der ist gerade unterirdisch. So, da warst du weg vom Fenster. Ähm, ja, ich wollte heute mit dem ME anfangen. Ähm, aber wie heißt das hier? Das ist jetzt die gute Frage. Äh, gut. Wie heißt das ME? Wie heißt das ME-System hier? Ich weiß, es gibt Applied Energistics und dann gibt es noch das andere, das etwas leichtere. Hm, ich komme jetzt aber partout gerade nicht auf den Namen, deswegen werden wir mal ganz kurz die durchgucken. Ob man das hier, hier haben wir es doch. Ähm, ne, Quantum war es nicht. RF Tools auch nicht. Äh, was sind das alles? Wooden Frame. Okay, gut. Ähm, wie hieß das? Es kotzt mich an, dass ich nicht auf den Namen komme. Nein, 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 das war es nicht. Flux Network Network. Ja, ihr wisst Bescheid, was auch nicht. Ähm, das war es auch nicht. Das hier war Ender.io. Draconic Evolution. Mit der Mod kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Chisel. Ähm, Botania. Advanced Generator war es auch nicht. Blood Magic auch nicht. Okay, also mit Blood Magic muss ich mich wohl doch nochmal auseinandersetzen. Ähm, Advanced Generator war es doch aber auch nicht. Ganz ehrlich. Wir machen es ganz einfach. Wo da. Wir gucken uns einfach an, was die anderen für eine ME haben und dann wissen wir das doch schon. Ähm, denn bevor ich jetzt hier lange durchsuche und die haben einen großen Generator. Wo ist es da? Refi Night Storage, genau. Ähm, Refi, da haben wir es. Mit diesem Mod wollen wir uns heute mal auseinandersetzen. Und wir brauchen den Controller. Dazu brauchen wir Quantum Dingsbums. Dazu müssen wir das dort brennen. Haben wir noch jetzt ein Stück. So, brennen wir mal und wir holen uns noch den Rest unten aus der Kiste, ne. Ihr habt ja vorhin die, äh, Mashes gesehen an meinem Inventar. Die habe ich hier überall rausgenommen, damit, ja. 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 Ich ein bisschen Platz habe. Ja. Warum ist hier Kompressant drin? Warum? Ähm, Diamanten brauchen wir. Dann holen wir das hier gleich noch nach. Hier die Dias. Da waren noch welche. Die Dote. Die ist genauso kompressed. Was soll das? So. Ey, ernsthaft? Ja, ich habe den Ring wieder im Inventar. Äh, da hauen wir die hier auch gleich noch mal rein. So. Wir brauchen diesen Block als erstes. Da fehlt uns noch eins. Warum liegt hier bitte ein Conduit-Binder drin? Ähm, den brauchen wir als erstes. So, den Hammer. Das Machine-Casing. Dann brauchen wir dann brauchen. Dann brauchen wir Silikon. Haben wir hier drin. Äh. Dann brauchen wir das da wieder. Und Diamanten. Einen dir. Und vier davon. Komm, mach mal schneller Ofen hier. Wir könnten noch den anderen Mist mit durchbrennen. Äh. Ne, ich brauche bloß eins davon. So. So. Und so. Da haben wir es. Da haben wir das erste Bauteil. Grind, Crafting Crit, Pattern Crit, Fluid Crit. Ähm. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ach, das brauchen wir ja dann für die Dings hier. Äh. Constructor, Deconstructor, Reader, Input, Output, External. Ich hab mit der Mod auch bisher nur ein einziges Mal zu tun gehabt. Aber ich denke mal, wir brauchen den Äh. Crafter hier. Dazu brauchen wir den Grid. Dazu brauchen wir den Grid. Das kriegt man, indem wir Silikon schmelzen. Das heißt, ich brauche schon wieder Kohle. So. Und Silikon. Ähm. So. Das wird durchgebrannt. Äh. Wir bauen das erste Teil hier unten schon mal auf. Und zwar. Äh. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bauen wir das da hin. Passt. Können wir da eigentlich an der IO-Cable anschließen? Die Frage liegt mir jetzt auf dem Herzen. Ich hab auch gesagt, die Insel wird sich definitiv nochmal verändern. Denn wir werden auf jeden Fall das, was hier ist, alles vielleicht ein Stück weiter nach hier holen. Denn ihr seht, das ist doch ein bisschen happig und groß und ja, übertrieben, sagen wir es mal so. So. Dafür brauchen wir Rot, Redstone und Gold. Ich muss Gold schmelzen. Dann müssen wir Rot. Okay. Das ist recht easy. Nether Quartz. Da geht es schon los. Nether Quartz. Nether Quartz. Nether Quartz. Habe ich eins. Habe ich eins. Das ist doch nicht Eisenschmelze. Ich brauche das Rote. Da brauche ich Nesser Quartz. Ähm. Kriege ich aus Soulcent? Sagt mir das doch einer. Soulcent. Habe ich jetzt meine... Äh. Thieves, die dort waren ernsthaft alle gelöscht? Das war scheiße. Ja. Ein Ei hat die gelöscht. Schön. Dann machen wir zum Schnell ein Compressed Seath. Äh. So. Soulcent hatten wir da. Können wir auch ganz schnell neu herstellen. Äh. Was? Wo ist eigentlich dieser rote Knubbel hier? Egal. Äh. Was für ein Mesh brauchen wir? Flint. Oder Dia. Iron. Dia. So. Okay. Ja. Gut. Damit kann ich leben. Ganz ehrlich. Ja. Also einmal. Hä? Scheiß Fliege hier. Basic Prozessor. Oh. Oh. Äh. 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 Ja. Genau. Ja. Jetzt. Bin ich gerade selber ein bisschen überfragt. Das und das. Geht das? Nein. Ah. Ich brauche noch Glowstone. Das haben wir hier. Äh. Ich brauche den Soldier. Also das Teil. Ich brauche davon 3 und Sticky Pistons. Äh. Also brauche ich das da. Ich brauche äh. Auf jeden Fall Holz. Das haben wir hier fertig. Ich brauche äh. Cobblestone. Da haben wir Cobblestone. Ich brauche etwas Redstone und Eisenhammer im Inventar. Äh. Äh. Hallo. Ich habe kein Eisen im Inventar. Okay. So. Das. Das. Eins. Zwei. Äh. Hallo. Das. Und das. Genau. So. Äh. Jetzt müssen wir mal gucken. Braucht der Strom? Nö. Eigentlich nicht. Dann. Das da. Gold. Das kriege ich aus dir. Mach was. Was? Der braucht Strom. Scheiße. Äh. Äh. Hier oben ist das Stromleitung. Bitte? Was? Warum? Wo möchtest du mehr im Inventar? Hallo. Warum möchtest du keinen Strom annehmen? Warum möchtest du keinen Strom annehmen? Das ist ein bisschen seltsam gerade. Normalerweise, wenn ich das hier reinmache, müsste das doch was machen. Der macht gar nix. Wenn ich das da reinmache. Das geht nicht. Wenn ich das da reinmache. Macht er auch nix. Was ist hier los? Warum? Äh. 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 Ich bin grad ein bisschen überfragt. Äh. Needs to be connected with the controller you're placing. Äh. Warte mal. Controller haben wir doch da unten. Ja. Und der hat Strom. Der braucht Strom. Guuuut. Da haben wir den Fehler schon gefunden. Ähm. Ja. Der braucht Strom. Ja. Dann machen wir das jetzt erstmal provisorisch alles hier. Da hat er Strom. So. Ja. 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 Jetzt macht er was. Machen wir erstmal sechs Stück. Irgendwo ist ein Hut. Da scheißt mir hier unten die Bude zu. Äh. Was. Alter du Arschloch. Äh. Hier die Möhre kann auch weg. Das will ich nicht haben. Äh. Der Soul Sam kann erstmal hier wieder rein. Hier können wir jetzt erstmal alles rausholen. Denn das werden wir später auf jeden Fall brauchen. Hier haben wir noch sowas. Ja. Ja. Genau. Ich würde aber sagen in der nächsten Folge geht es weiter mit dem ME System. Denn das wird auf jeden Fall hier benötigt. Also. Ich werde die Felder noch schnell hier machen. Hehehehehehe. Da gehört das hin. Jo. Ähm. Egal. Die Möhren hebt mir jetzt auf. So. Und so. Ähm. Ja. In der nächsten Folge machen wir das ME System weiter. Bis dahin. Tschü tschü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.